Guten Morgen, ich bin arbeitssuchend. Daher lese ich Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen aus dem Schattauer Verlag. Das Exemplar ist von 2017 und ich bin angekommen im dritten Kapitel, Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächten und der Artikel ist geschrieben worden von Hans-Jürgen Wirth und Hans-Jürgen Wirth ist beschäftigt beim Psychosozialverlag in Gießen und er ist Prof. Dr. Reel Sock, Diplom-Psychologe. Der hat auch beim Psychosozialverlag eine Adresse. Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächtigen. Antisoziales Verhalten der Mächtigen als Gegenstand der Forschung. Die klinisch-psychotherapeutische, psychiatrische und kriminologische Forschung über antisoziales Verhalten hat sich überwiegend auf die biografische Genese konzentriert und dabei den Zusammenhang zwischen entwicklungspsychologischen Defiziten in der frühen Kindheit und der antisozialen Persönlichkeitsstörung untersucht. Der klinische Ausgangspunkt und das theoretische Konstrukt der antisozialen Persönlichkeitsstörung haben zu einer individualisierenden Sicht auf die Problematik geführt und den Blick auf die schwer gestörten Individuen eingeengt, deren maligne, narzisstische und Borderline-Persönlichkeitsstörungen durch kriminelles oder ausgeprägtes antisoziales Verhalten imponieren. Solche Patienten begegnen. Maligne habe ich schon nachgeguckt. Das ist die zweite Aufnahme, die ich mache. Und am letzten Mal habe ich ein bisschen was erzählt. Was mir so passiert ist, und das habe ich gelöscht, das gehört ich hin. Ich gucke es nochmal nach, obwohl ich es schon weiß. So, sonst versteht man den Satz nicht. Maligne, in fastsprachiger Fügung malignus, 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 malignum, bösartig, missgünstig, von lateinischem malignus, bösartig, gefährlich von Gewebsveränderungen, hauptsächlich Tumoren und Krankheiten. In der Fügung Adänoma malignum, malignus, malignum, malignus, dem und so weiter. Also eine bösartige Bösartigkeit in einem Geschöpf. Solche Patienten begegnen im Klinika vorwiegend in psychiatrischen Kliniken, in der Forensik und in Gefängnissen. Ein hoher Prozentsatz dieser Patienten entstammt in sozialen Randgruppen oder Familien mit gestörten Beziehungsverhalten. Bei Schwierigkeiten vor dem Hintergrund von Migration können die Grenzen zwischen Opfer und Täter verschwimmen. Relativ wenig Beachtung wurde hingegen dem antisozialen und kriminellen Verhalten der erfolgreichen, etablierten, privilegierten und mächtigenden Politik, Militär, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft geschenkt. Siehe Kapitel 4 Das hat zunächst damit zu tun, dass in diesen besseren Kreisen antisoziale Haltungen und Handlungen sich in weniger auffälligen Formen äußern, als in der Unterschicht, bei der solche Handlungen meist einen impulsiven Charakter haben und von heftigen Affekten und Gewalt begleitet sind. White-Collar-Kriminalität und Korruption finden hingegen im Verborgenen statt. Schreibtisch-Täter bleiben im Hintergrund und können ihre Mittäterschaft leichter verschleiern. Zwar spielen auch hier heftige Affekte von Hass, Neid, Arroganz und Triumph eine zentrale Rolle, doch werden diese Gefühle eher kontrolliert, kalt berechnet und zynisch ausgelebt. Die Beteiligung narzisstischer Motive ist jedoch in beiden Fällen unverkennbar. Ein weiterer zentraler Unterschied besteht in der sozialen Ausgangssituation. Impulsive Gewalt entsteht in aller Regel vor dem Hintergrund realerlittener Erlebnisse von Ohnmacht, Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch. In der eruptiven Gewalttat soll die eigene traumatische Erfahrung von totaler Hilflosigkeit, Verzweiflung und Missachtung durch eine Verkehrung ins Gegenteil kompensiert werden. Man tut anderen das an, was man selbst einst schmerzlich erfahren hat. Die dazu passende Rechtfertigungsstrategie hebt auf die eigene Benachteiligung Diskriminierung und Demütigung ab, die es gerechterweise nur auszugleichen gelte. Die dazu passende Rechtfertigungsstrategie hebt auf die eigene Benachteiligung der Erlebnisse von Ohnmacht, Vernachlässigung und Demütigung der Erlebnisse von Ohnmacht. Die Antisoziale, ich muss mal gerade die letzten. In der eruptiven Gewalttat soll die eigene traumatische Erfahrung von totaler Hilflosigkeit, Verzweiflung und Missachtung durch eine Verkehrung ins Gegenteil kompensiert werden. Man tut anderen das an, was man selbst einst schmerzhaft erfahren hat. Die dazu passende Rechtfertigungsstrategie hebt auf die eigene Benachteiligung, Diskriminierung und Demütigung ab, die es gerechterweise nur auszugleichen gelte. Hingegen entstehen antisoziale Handlungen der Mächtigen und Privilegierten aus einer gänzlich anderen Situation heraus, nämlich der objektiven Möglichkeit, über Machtmittel zu verfügen und dem subjektiven Empfinden wirkmächtig und einflussreich zu sein. Hier geht es also nicht um die Kompensation von Ohnmachtsgefühlen, sondern um die weitere lustvolle Steigerung von Machtgelüsten und Omnipotenzfantasien. Die eigenen Machtbefugnisse werden in vollen Zügen ausgekostet. Die dazu passende Rechtfertigungsstrategie betont die eigene Machtposition, die an sich schon ihrer weiteren Ausdehnung, Ausnutzung oder auch missbräuchlichen Anwendungen legitimiere. Die Floskel dieses oder jenes Verhalten stehe einem Dienstgrad mäßig zu, ist ein typischer Versuch antisoziale Handlungen zu rechtfertigen. Habe ich mir unterstrichen? Das antisoziale Verhalten der Mächtigen unterscheidet sich also hinsichtlich Motivation und gesellschaftlicher Ausgangssituation beträchtlich von dem der Unterprivilegierten. Es ist deshalb fraglich, ob kriminelle und antisoziale Handlungen, die von Mächtigen begangen werden, auch auf pathologischen Narzissmus und antisoziale Persönlichkeitsstörungen zurückgeführt werden können. Einen ernsten Hinweis gibt Otto Kernberg, wie er schreibt, findet man, Zitat Anfang, bei narzisstischen Persönlichkeiten aller schwere Grade überraschend häufig antisoziale Züge. Selbst bei denjenigen, die sozial relativ adäquat funktionieren, kann chronisches antisoziales Verhalten in Form von Diebstahl und Ungeregeltheiten in ihrem Beruf oder in ihren sexuellen Aktivitäten ans Licht kommen. Zitat Ende Antisoziales Verhalten findet sich sowohl bei relativ milden narzisstischen Störungen als auch bei schwerem, malignem Narzissmus. Wir können also von einem Kontinuum antisozialen Verhaltens ausgehen, das auf der einen Seite bei Handlungen beginnt, die sich am Rande der Legalität bewegen und von den Betroffenen gerne als Kavaliersdelikt verharmt werden, über Wirtschafts- und Umweltkriminalität, bei denen relativ unspektakuläre Handlungen enorm destruktive Auswirkungen nach sich ziehen können, bis hin zu destruktiven, sadistischen und terroristischen Aktionen, die von totalitären Staaten, terroristischen Gruppen, aber durchaus auch von demokratischen Regierungen und Institutionen ausgehen können. Vielen Dank. Wie diese verschiedenen Formen und schweregrade Antisozialer Handlungen mit den besonderen Formen und schweregraden narzisstischer Persönlichkeitsstörungen korrespondieren, ist die zentrale Frage, die hier untersucht werden soll. Vorab kann man schon festhalten, dass der Zusammenhang kein linearer ist, etwa in dem Sinne, je schwerwiegender die antisoziale Handlung, umso gravierender die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die Zusammenhänge sind komplexer, da die antisozialen Handlungen der Mächtigen nicht ausschließlich und primär auf die handelnden Subjekte zurückgeführt werden können, sondern ganz wesentlich durch die Gruppe, die Institution, die Organisation bestimmt werden und deren Teil das Individuum ist. Das muss ich nochmal lesen. Wie diese verschiedenen Formen und schweregrade Antisozialer Handlungen mit den besonderen Formen und schweregrade Antisozialer Handlungen, an narzisstischer Persönlichkeitsstörungen korrespondieren, ist die zentrale Frage, die hier untersucht werden soll. Vorab kann man schon festhalten, dass der Zusammenhang kein linearer ist, etwa in dem Sinne, je schwerwiegender die antisoziale Handlung, umso gravierender die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die Zusammenhänge sind komplexer, da die antisozialen Handlungen der Mächtigen nicht ausschließlich und primär auf die handelnden Subjekte zurückgeführt werden können, sondern ganz wesentlich durch die Gruppe, die Institution, die Organisation bestimmt werden, deren Teil das Individuum ist. Narzissmus, Macht und antisoziales Verhalten. Damit schließe ich dann für heute oder für jetzt. Ich muss gleich noch vorhin. Erst an den Schreibtisch und dann habe ich einen unangenehmen Termin. Narzissmus, Macht und antisoziales Verhalten. Der Soziologe Max Weber definiert Macht als, Zitat Anfang, Jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen, gleich fiel worauf diese Chance beruht. Zitat Ende. In seinem berühmten Essay Politik als Beruf richtet Weber im Zusammenhang mit den negativen Wirkungen der Macht seinen soziologischen Blick auf, Zitat Anfang, einen ganz trivialen, allzu menschlichen Feind, die ganz gemeine Eitelkeit. Zitat Ende. Das war das Zitat. Ich lese es noch mal vor. Einen ganz trivialen, allzu menschlichen Feind, die ganz gemeine Eitelkeit. Darauf fällt der Blick. Es bezeichnet die Eitelkeit als eine Berufskrankheit der Politiker und vermutet, die Eitelkeit sei eine Eigenschaft, von der sich niemand so ganz frei wähnen könne. Weber gibt damit auch eine implizite psychologische Definition von Machtmissbrauch. Zitat Anfang. Die Sünde gegen den Heiligen Geist seines Berufes aber beginnt da, wo dieses Machtstreben unsachlich und ein Gegenstand rein persönlicher Selbstberauschung wird, anstatt ausschließlich in den Dienst der Sache zu treten. Also das ist die Definition von Machtmissbrauch. Weber thematisiert hier implizit den engen Zusammenhang zwischen Narzissmus und Macht, auch wenn ihm der Begriff des Narzissmus nicht geläufig war. Rationale und sachliche, an sachlichen Aufgaben orientierte Machtausübung ist kategorial von Machtmissbrauch zu unterscheiden. Allerdings beinhaltet die Position der Macht generell die Verführung zum Machtmissbrauch. Was sind die Erfahrungen der letzten Monate, die ich aus mir spreche? D.h. zum Ausagieren eigener unbewusster Konflikte, Bedürfnisse, unbearbeiteter traumatischer Erfahrungen usw., die auf die Untergebenen abgewälzt und an ihnen ausagiert werden. Allerdings beinhaltet die Position der Macht generell die Verführung zum Machtmissbrauch, d.h. zum Ausagieren eigener unbewusster Konflikte, Bedürfnisse, unbearbeiteter traumatischer Erfahrungen usw., die auf die Untergebenen abgewälzt und an ihnen ausagiert werden. Jetzt habe ich es verstanden. Diejenigen, über die Macht ausgeübt wird, werden für die eigene Konfliktbewältigung instrumentalisiert. Das zentrale Charakteristikum von Macht, nämlich die Möglichkeit, andere zu einem bestimmten Verhalten veranlassen zu können, also das zentrale Charakteristikum von Macht, nämlich die Möglichkeit, andere zu einem bestimmten Verhalten veranlassen zu können, auch wenn dies nicht ihrem Willen entspricht, führt dazu, dass diese Form der Instrumentalisierung und Funktionalisierung der Untergebenen durch die Mächtigen häufig ausgeübt wird. Narzisstisch gestörte Menschen, Menschen streben nach Macht, weil sie damit ihr mangelhaftes Selbstwertgefühl kompensieren wollen. Umgekehrt nähert die Möglichkeit, Macht auszuüben, Größen und Allmachtsfantasien, Macht wirkt wie eine Droge. Die Selbstzweifel verfliegen, das Selbstbewusstsein steigt. Für Personen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung gilt dies in besonderem Maße. Sie versuchen, unerträgliche Ohnmachtsgefühle zu überwinden, indem sie ihre autoritären Führerfiguren bedingungslos unterwerfen, sich mit deren Macht identifizieren und schließlich gegen untergebene Sündenböcke und Minderheiten ihre eigene Macht sadistisch ausagieren. Die Frage, ob narzisstische Menschen in besonderem Maße nach Macht streben oder umgekehrt die Ausübung von Macht, die Entwicklung narzisstischer Persönlichkeitseigenschaften begünstigt und befördert, gleicht der Frage nach Henne und Ei. Es trifft beides zu. Beide Prozesse bedingen und verstärken sich wechselseitig. Da zitiert er sich selbst. Im Folgenden sollen einige exemplarische Beispiele für antisoziales Verhalten von Mächtigen diskutiert werden. So, das war's für heute Morgen. Tschüss. So, das war's für heute Morgen.